Sie haben Ihren Zielort erreicht. Sie haben Ihren Zielorten. so das war es die letzten meter mit dem gt86 sie hatten leider auch noch ein parkplatz also ich musste ihn sogar abgeben schade 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 zwei schöne wochen gehen zu ende ich bin ein bisschen traurig muss ihn jetzt leider wieder abgeben oder noch mit der bahn nach hause fahren also noch mal eine richtige bestrafung obendrauf war eine schöne zeit ich hoffe ich sehe den lieben mal bald wieder auf der rennstrecke oder noch mal eine schöne landstraße so was in der art bis dahin hoffe ich der nächste geht gut und lieblich und sorgsam mit ihm um und ich denke mal er wird auf jeden fall auch so viel spaß mindestens so viel spaß haben wie ich das war es im gt86 schöne zwei wochen vorbei aber vielleicht kommt er mal wieder